Oh, machst du gerade ein Video? Ui, ich kann auch ein Video auf und auf den Kottel. Guck mal. Guck mal ins neue Familie. Mama, du musst doch mal den Vater kurz wegnehmen. Guck mal hier, Fanny kommt auf. Fanny möchte auch gestreichelt werden. Ach, Mensch, das ist ja klasse. Schön, dass du die Kinder jetzt bei uns bist, anscheinend. Du musst dein Auge an deine Kette.